Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von the last of us part one wir haben ja hier aufgehört nachdem wir hier in diesen raum reingekommen sind und ein paar vorräte hier gefunden haben oder besser gesagt werkzeug und ich würde sagen jetzt geht es gerade direkt weiter da in diesen einen gang hier denke mal nach der soldaten lang durch das rohr werden dann vermutlich die die zombies wobei ich bin froh wenn sie nicht kommen sie rufen uns zurück zurück zum wei Ja wunderbar bitte fahrt einfach weg lasst uns in ruhe Okay, sie sind weg Was war der plan angenommen wir bringen dich zu den feier fleiß was dann mal in sie sie sagte sie hätten dort eine quarantäne zone mit ärzten die immer noch ein heimmittel suchen hier kommt uns bekannt vor hat es und das das was mit mir passiert ist der schlüssel zu einem impfstoff ist das hat sie gesagt bestimmt hat sie das hey verdammt man ich wollte das hier nicht ich auch nicht das was zur hölle machen wir hier wenn es stimmt ich glaube sein was dann johle haben ist soweit geschafft bringen wir es zu ende muss ich dich dran erinnern was da draußen ist ich verstehe naja die situation ist ja gleich gefährlich ob sie es jetzt so gewusst hätten oder nicht sie können sie immer noch quasi als wenn wir durchs zentrum gehen sind wir bei sonnenaufgang beim rathaus da können sie immer noch einfach als wahre sehen aber wir wissen dass sich das ändern wird so ich laufe dir einfach hinterher ne ja wahnsinnskulisse ja es ist ein wunder dass es überhaupt noch steht was war das jetzt jetzt hörst du das ja lang aber als wäre es weit weg nein wo weitermal hat es da vielleicht gut ist mal nachsehen sieht es aus als wenn man hier rein kann hier drüben ach hätte man ja sowieso hin müssen oder was ich will mich gerade noch ein bisschen umsehen hier die vielleicht nein da liegt was ja wow ziegelstein oder halt eine flasche sonst nichts gutes okay hast du da was gefunden nein du weiter soll ich auch was machen bleib du einfach in der nähe äh ah eh ghost zone building ich will da eigentlich nicht rein aber gut was solls hey tess hey tess moment da war was mit nix drin geil hier gibt's auch nix hier geht auf oh oh das sieht noch nicht so alt aus ja das ist schlecht mal hier gut ist yes gut ist oh oh der nächste aber immerhin munition lesen einsatzleiter waiters operationsgebiet 2438 a angekommen punkt 2438 a negativer kontakt bei lz bewegt die patrouille nach westen richtung zentrum negativer kontakt scheiß negativer kontakt soldat edwarder meldet sich kontakt geräuschkontakt kodi was kodi seps infiziert die zweite stadium bei eingestürzten bürogebäude unterwegs für untersuchung mehrere infizierte kontakte soldate edwarder schick koditsch vermisst angriff in gebäuden was gebäuden innenraum aufgehalten erwarten evakuierung ja aus dem wurde wohl nix sie hat wohl beim warten auf verstärkung erwischt oh guten tag verdammt klicker oh man was ist mit dem gesicht so sieht jahrelange infektion aus das heißt sie sind blind so gut wie sie nutzen geräusche wie fledermäuse genau wenn du ein klicken hörst versteck dich okay warte mal bevor wir jetzt da reingehen gibt es sonst noch was geht es hier nicht noch weiter nach oben ja da liegt auch was gut dass ich nachgesehen hab okay wieder runter so bin wieder da ähm sieht so aus als würde gleich alles einstürzen Kopf runter wir sollten hier wirklich nicht drin sein wow 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 spätestens mit der bewegung sind wir hier ganz schnell wieder raus gibt es auch nix zu mitnehmen oh da ist wieder was äh da haben wir noch was cool hier nix und hier auch nix okay okay oh oh Oh, Scheiße. Ich bräuchte vielleicht eine Heilung. Tess, hast du mal wieder so einen Medic-Git oder sowas? Was ist das? Blut? Nein, Alkohol. Okay. Ist auch nichts mehr drin. Geh bei der Küche. Oh, dankeschön. Ach, Space Medic geht anfordern. Oder danach herstellen. So, warte mal. Space werde ich stellen. So. Na komm. Kann ich da nicht gerade antworten? Wird das gerade überlesen? Geht's hier rein? Yes. Ne, oder auch nicht. Was zum... Machen wir, dass wir hier wegkommen? Ja, finde ich, finde ich eine gute Idee. Oh, Mann. Der nächste. Mal sehen, ob's da weitergeht. Mal sehen, ob's da weitergeht. Okay. Gerni, wir sind mit dir. Sicher. Komm schon, Annie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Kann ich da bitte auch rauf? Bitte danke. Komm, Große. Na raus. Okay. Bitte schraken Sie. Wie bist du so? Le Molt v Ja, das hätte ich auch gedacht. Okay, also... Oh, was ist das? So, das wäre ja nur wieder Tauschen hier. Hm, braucht jemand einen Plotter? Hört sich da ein paar rumstehen. Nein! Komm, geh nach da hinten. Gut. Da stehen wir über mich. Ja, da komm. Nell. Uh, Gott sei Dank. Und runter da. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Hahaha. Äh, okay, das ist doch wegziehen. Ja. Ja, überhaupt nicht laut. Okay, komm. Komm, drüber. Ja. Ähm, es ist... Ja. So ein Fensterputzer-Teil. Können wir bitte nicht auf das Teil rauchen? Man. Echt viel. Komm schon, Ellie. Ellie, komm. Mach hinne. Boah, scheiße. Ich hab auch noch Höhenangst, ne? Falkst du halt zum Kribbeln an? Auch wenn ich weiß, dass es nicht echt ist. Also, ja. Spiel halt. Goodies? Moment. Uh, ja. Bitte, danke. Sonst noch Goodies? Ne. Oh, du bist aber auch relativ frisch. Ich seh mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Cool. Revolver. Was? Pistole auswählen? Du kannst eine Waffe, brauchst du sie auswählen. Die Frage drückt, um den Rucksack auszuwählen. Okay, ja, ich bleib aber bei dem. Ach, du willst, dass ich unbedingt wechsle, oder was? Ah, okay. Warum habt ihr die Waffe weggezogen? Okay. Hier ist wirklich nichts mehr. Okay. Oh, ja, ich glaube. Ähm. Okay. Wir gehen mal schlafen. Uh, Munition. Okay, wo ist das Sense? Oh, da ist noch einer. Oh shit, der lebt ja auch noch da hinten. Wo ist die da hinten hin? Vier sind's. Hey, ihr zwei, kommt mal bitte nach unten. Kommt der wieder her? Er kommt her. Wieder umdreht. Ich glaube, das muss ein Clicker sein, wenn der jetzt nicht reagiert. Okay, probieren wir es mal mit hinten. Oder, warte mal, Flasche. Was ist, wenn wir die Flasche hier hinschmeißen? Und dann den Clicker von hinten töten. Nein, 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 scheiße, 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 scheiße. Oh, Mann. Ich dachte, das funktioniert. Ah, shit. Wirf, hat Sieg, seine Flasche im Gegend abzulenken, oder dich noch nicht wahrgenommen haben. Ja, ist klar. Kommt, dich noch mal töten. Da ist noch mal zwei. Komm her. Komm her. Komm her. Gib her. Munition. Dankeschön. Ich mache jetzt mit dir einen kurzen Prozess. Oh, fuck, 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 fuck. Bist du tot? Okay, Gott sei Dank. Und einmal nachladen. So, kommt jetzt bitte runter. Okay, ihr könnt kommen. Wow, das hätte ich jetzt behelfen können. Aber immerhin gut Loot hier. Hast du noch was bei dir? Nee. Ja, danke. Nächste mal bitte helfen. Ah, nee. Tauschen würde ich nicht. Moment. Sonnheitsmäßiges Zeugs. Ich würde mal ein bisschen gucken, ob es hier was zum Mitnehmen gibt. Scheint auch tote Hose zu sein. Oh, alt. Achso, nein. Das war er wieder. Okay. Achso. Zum Aufladen. Okay. Ausgang. Ausgang. Ein Ausgang. Er wüsste Ausgang. Hier rauf. Nee, oder? Oder vielleicht doch. Yes. Geil. Munition. Na gut, ich weg mit dem Teil. Okay, das ist los. Okay, halt fest. Hier, lass uns gehen. Ja, wie komme ich jetzt rein? Ah, okay. Das ist schlau. Okay. Wir hätten sie auch einfach wegziehen können. Aber, ja. Ach, Mann. Ich werde so viele Sachen übersehen. Ich werde einfach so nahtlos hier in die Umgebung reingehen. Oh, danke. Was, ich kriege jetzt nur noch die Zutaten? Oder wie? Oder mal? Wow. Ich kann sie ja gar nicht mehr fertigstellen. Dann mal los. Aber ich bin eh voll. Ähm. Wohin? Wo war jetzt erstmal hier hin? Ja, auch keine Kulisse hier hinten. Ähm. Müsst der Plan da runter. Das sieht irgendwie nicht richtig aus, wenn wir da runter gehen. Ich glaube, hier ist ein bisschen besser. Kommt sie her? Ja, danke. Okay. Ich meine so... Was ist hier? Oh, das soll mir hier lang. Wir sollen hier lang. Jo, da hinten geht's weiter. Die kommen auch hier wieder. Siehst du was? Nee. Hier lang. Da. Nice. Ähm. Das sieht nicht sehr gut aus. Hier unten. Aber ein Haufen Materialien. Geil. Eigentlich, wenn sie immer hinten zurückbleibt, dann... Oh, geil. Molotow Cocktail. Hm. Ja, hoffen wir's. Ah, da hinten geht's weiter. Hast du noch was für mich? Oh, aber ein Zettel zum Lesen. Meet up with second five redeem at Capital Building. Capital Gold Dome. 14 year old red hair. Okay. aus der Quarantäne-Zone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Ach, nee. Da drüben. Siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie. Egal, was du willst, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Grundzyko war's gerade irgendwie komplett weg, ne? Molotow. Warte mal, was ist, wenn wir die jetzt alle mal zusammen tun? Ich hasse die Serena. Nice. Burn, baby, burn. Gehen sie auch drauf oder brennen die jetzt einfach nur? Also, sie sind nicht draufgegangen. Mann. 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 Okay, wir machen die Hard-E-Methode. Komm, schieß. Nein. Nein. Ach, Mann. 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 Es ist gefährlich, Klicke mit der Faust zu schlagen. Probier's mit deiner Nahkampfwaffe. Ja, ich hab's gemerkt. Mit einem Messer. Okay, warte mal. Wir machen mal... ...ein Messer. Und vielleicht brauchen wir mal einen von denen. Halt. Ah, Tapp. So, eine Flasche. So, jetzt sind wir alle nach da hinten. Nice. Nachladen. Mach's diesmal jetzt erfolgreich. Geil, also zwei brauchen wir. Alle jetzt hier? Okay. Also, zwei Molotov-Cocktails für eine ganze Gruppe. Ja, ich glaub, das war's, oder? Mal kurz einen Sense machen. Ja. Komm. Okay. Loot, 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 loot. Hier muss ich doch... Oh, scheiße. Wo ist der? Ach, da hinten. Warte mal, Munition sparen. Geh mal nach da hin. Komm, mich schnapp dich jetzt von hinten. Komm, 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 komm. Komm her. Komm, stirb. Also, die Zoll mir schauen alle irgendwie ähnlich aus. Oh, Munition. Fuck, noch mehr. Irgendwo da hinten. Okay, dann da hinten nochmal umsehen. Flasche kommt mit. Ach, lootfreie Zone hier. Ah, nee, da. Nice. Lohnt sich. Nichts Spannendes. Tresor. Ja, wow. Ich hab den Code nicht. Woher soll ich den Code nehmen? Ja, vielleicht finden wir's noch irgendwo. Ach, da hinten ist der Klicke. Woll ich hier rein? Äh. Auch kein Loot. Aber ein Kaffee wär jetzt nicht schlecht. Da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Du bist der Einzige hier, ne? Kannst du dir das mal wieder weglegen, bitte? Hier lang. Wir haben's fast geschafft. Na los. Mist. Hallo, ich möchte die Waffe wieder auswählen. Ja, ist nur er. Schade. Macht mehr sein. Aber da fiel wieder Munition. Find ich super. Okay. Okay. Kommen sie da hoch? Okay, na los. Ja, gut. Dann gehst halt du zuerst. Komm, lass mich drauf. Lass mich drauf. Ja, dann geh ich ja das Letzte. Oh, lass doch vorerst Zug-Simulation. Die schaut nicht mehr so gut aus. Aber da gibt's einen Hinterraum. Gutes. Gutes, 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 Gutes. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Ja, bei mir ist es vor allem Glück. Okay, ich glaube, da gibt's nichts mehr. Oh, endlich wieder draußen. Richtig ein bisschen beklemmend in diesen Gebäuden. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Was wohl da? Okay, dann geh ich mal genau in die andere Richtung. Komm, schau dich mal um. Das da hinten sieht aus wie ein Weg. Gibt's hier was? Nee. Noch ein Teil von der U-Bahn hier. Ach, und das war die Stelle, wo wir vorher gewesen sind. Okay, das wär schwierig gewesen, da durchzukommen. I see. Oh, ich bin schon da. Dachte, ich schau mal wegen Loot. Ich hör da was. Zombies. Ja, wir müssen da ins Gebäude rein, ne? Äh, Molotow-Cocktail. Ne. Hallo, wechseln. Danke. Geht auch nicht. Können wir hier was... Was? Lausch-Modus-Distanz. Dachte, jetzt hätte ich erweitert gehabt. Space lernen. So, gut. Direkt vor uns ist einer, links ist einer. Na, fuck. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ah, scheiße. Wack, wack, wack. Oh, ein letztes Moment. Ah, ich hab Glück. Das ist nicht Talente, das ist einfach nur Glück. Einer von euch hat Munition. Schade. So, was haben wir hier schönes? Achso, ja, das Teil. Okay. Wir können aber hier nochmal rausgehen. Ach nee, wir hätten doch von hinten überraschen können. Ah, ein paar Wurzeln. Oh. Goodies. Gib, 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 gib. Möchte ich haben. Dankeschön. Okay. Äh, Alter. Was machst du? Da, geradeaus. Bitte, danke. So, das müsste auch passen, oder? So, als ob ich der erste hier. Klettert hoch. Kommt sie drüber? Ja, okay. Und wieder runter. Ah, ich sehe. Schon wieder mal so ein Tor. Ich glaube, das markiert wie ein Ende des Abschnitts. Komm, mach auf. Was, ich höre nichts. Okay, Beeilung. Ja, schlau. Ich weiß. Okay, aber wir sind jetzt wenigstens erstmal safe. Okay, wie kommen wir hier wieder raus. Finden wir es raus. Da ist so ein Werkzeugding. Okay, geil. Aber erstmal schauen, ob ich noch mehr Loot habe, was ich dann für das verwenden kann. Malin glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Tja. Wie kam es zu dem Wissen? Ah, ich habe es doch gewusst. Wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Ja, schlau gemacht. Die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Es ist doch komplett abgesperrt. Okay. Erfordert Werkzeugstufe Nummer 1. Kurzwerfenholster. Also, wir haben ja gar kein Werkzeug, oder? Ich glaube, ich würde gerne den Revolver verbessern. War Marlin bei dir, als das passierte? Space. 15 Werkzeug. Nachladetempo. Schussfolge. Ich will nicht, das ist schnell abzufreuen. Ich glaube, Nachladegeschwindigkeit wäre mir nicht schlecht. Okay. Und was haben wir bei der normalen Pistole? Magazinkapazität und Schussfolge. Kapazität. Ob er auch dann wirklich das Magazin nimmt, ne? Cool. So, jetzt haben wir nur noch 8. Wir können da eh nichts mehr machen. Nehmen wir immerhin etwas. Coole Sache. Ja, will ich mal hoffen. So. Raus hier. Braucht jemand ein Kunstwerk? Munition. Dankeschön. Gehen hier beide Türen? Jetzt geben beide Türen. Ah, nehmen wir zuerst die, die Tür. Äh, hier. Okay. Doch nochmal die andere. Ah, schade. Ist der gleiche Raum, ne? Ja. No Goodies. Okay. Einfach meine XXL... Oh, da hinten. Mann. Ich hab's voll nicht gesehen. Was machst du? Sorry, sorry, das war ich. Tess. Trotz sind lang kaputt gemacht. Geil. Das bringt Unglück. Äh, so. Ähm. Ja, das sieht doch sicher aus. Hier rauf. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind jahrhundertealt. Wirklich? Wow. Ja, und jetzt kam... Oh, geil. Also die Uniformen würde ich jetzt mitnehmen. Die finde ich geil. Warum muss das immer so laut sein? Ich lebe. Ich... Ich werde außenrum gehen. Wir sind hier. Tess. Renn. Renn. Scheiße. Na, super. Warte mal. Du musst mal komplett nachladen. Hallo? Nachladen? Hallo? Wann halt nicht. Tess. Scheiße. Das sind... Oh. Ähm. Aber sie sehen mich ja nicht. Okay. Komm, lauf einfach vorbei. Was? Warum? Nein. Ich hab mich doch überhaupt nicht bewegt. Boah, statt dir mir zusätzendes Messer meisterfrei mit der Verbesserung kannst du dich in den Messer-Ausklicker rein. Ach, so ein Scheiß. Okay, wir gehen jetzt mal nicht hier lang. Tess. 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 Wo läuft er jetzt da hin? Kommst du hier rein? Machen wir das Licht aus. Er da links ist gefährlich und er geht wieder zurück. Er dreht sich auch wieder um. Kommst du her? Kommst du her? Geh, bitte runter. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier drin bin? Oh, still. Und das Zeugs. Und da unten liegt auch noch was. Nice. Da. Okay, ganz leise. Fuck, kommt wieder her. Shit. Komm ich bei dir vorbei. Komm, red ich um. Ja, sie kommt weiter her. Na, doch nicht. Scheiße, Scherben. Fuck. Wack, 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 wack. Na, scheiße. Ach, das war dumm. Ja, ist gut. Ich gucke dich jetzt. Wir haben verloren. Okay, wir gehen nochmal in den Raum rein, weil da es ganz gut gut ist. Und dann muss ich vermutlich geradeaus gehen. Ah, wobei. Ich nehme mal eine Flasche mit. Scheiße. Ah, Anspannung pur. So, aufmachen. Da. Nichts drin. Bitte ist er nicht zu laut. Alles mitnehmen. Das ist wertvoll. Und die Pille. Und die Pille. 27 von dem. Geil. Wie nutzt man die Flasche jetzt zum schlauesten? Hast du das jetzt gehört? Nee. Geil. Scheiße. Scheiße, geh weiter. Komm, geh weiter. Okay, geht weiter. Sie kommt jetzt her. Bis du dich umdrehst. Ja, tut sie. Scheiße. Scheiße, wo ist der Ausgang? Scheiße, wo ist der verfickte Ausgang? Da ist eine Tür. Uh, geil. Scheiße, nicht. Da auf die Scherben gehen. Da ist verbarrikadiert, also müssen wir nach oben. Mann, Tess. Warum hast du nicht auf mich warten können? Geil. Und einer macht Lärm. Sehr geil. So eine Scheiße. Der will da rein. Okay. Macht ihr da Hilfe? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Dankeschön. Fuck, 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 fuck. Alter. Na, komm. Komm. Was ist das jetzt? Huh. Komm, lad nach. Lad nach. Noch einer. Ah, Mann. Habt ihr wenigstens Munition für mich? Verdammt knapp. Ach, Mann, ey. Aber wenigstens keine Klicker. Aber wenn ich mir denke, was da noch später alles kommen wird. Das war ja jetzt nur zum Aufwärmen. Oh, da ist der Ausgang. Endlich wieder draußen. Hier rauf? Ja. Ah, was ein Ausblick. Okay. Liebe Leute, wir sind wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter. Alles okay da unten? Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar unterhalb des Videos. Und bis bald. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö! Tschö, tschö!